Und wir sind da wieder. Back to... To Back & Decker. Ach, die Sonne kommt schon wieder, Alter. Ich glaube, ich sollte heute erstmal mit dem Middle East Player aufhören. Ich glaube, beide... Ah. Die eigene Web-Jetzt hier mache ich noch, und dann höre ich für heute auf. Die Sonne ist echt katastrophal. Ich meine, jetzt hier bei Ultimate Doom geht, da geht's, da kenne ich alles. Oh, ja, wie kann das? Oh, bitte. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh! Oh! Was ist das? Das war nicht so lustig. Das war nicht so lustig, das war nicht so lustig, das war nicht so lustig. 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 Ich denke, es geht hier. Ich werde die Verlust in eine Sekunde. So. Gut. Das passt mal lieber die hier. Jetzt wird mich ein etwas schwierigerer teilen. Hier gibt es so viele Monsterpöchlaas. Ich sag gerade eben, sie machen schön langsam und was macht er, rechst die Tür auf und rennt rein. Und ist natürlich auch mit gestorben. Danke dafür, PIXA. Also manche Leute, die wollen gar nicht leben. Oh. Also die Waffe ist, ich glaube, die heißt PFG 10.000, also 10k. Und die hat, ne, die heißt gar nicht so, die heißt gar nicht so, die heißt gar nicht einen generator, also schwarzes loch generator schwarzes loch kommt auf der physik ist etwas einfach recherchieren ultra geiles naturphänomen also aus dem universum jetzt im bildall nicht von unserer erde. Das wäre schlimm, wenn das auf unserer erde geben würde, dann hätte ich gar keine erde mehr. Einfach mal recherchieren. Das ist praktisch der zusammenfall von Materie, wenn ein Stern unter seiner eigenen Masse zusammenbricht. Also natürlich nur für die, die an die Flat Earth Theorie glauben. Wir haben so, wir haben so viel von diesen scheiß Tafeten. Ich versuche hier aber auch ein bisschen einzusetzen, um mich damit selber umzubringen. Sollte ich natürlich auch jetzt mitnehmen, ne, macht Sinn, denke ich mal. Geht's nochmal ein bisschen gut darauf? Au! Das war dumm. Das war noch dummer. Ich schaffe mich selbst zu übertreffen, das ist so dumm einfach. Oh! 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 Hälte das mal aus mit den Raketen. Alter, bringe ich mich gerade sehr hoch? Ja, ich habe wieder Befriedigung gebracht. Ah, pass mal gegen Klassenmattel. Tschüss. Alter. Okay, hier ist ruhig. Ja, hier ist ein Puzzle, hier muss man die Schaltlinie in der richtigen Reihenfolge drücken. Allerdings habe ich keine Ahnung mehr, welche Reihenfolge das war. Das ist schon ewig her, dass ich das mal gespielt habe. Das war zufällig falsch. Okay, jetzt hat beide zu, also die überliegt nicht die beide. Aha. Wow. Warte, wo kommt ihr? Hä? Da kommt jetzt ohne Monster? Erleckt mich doch, ich habe eine Krankheit. Brauchst du da. Sag mal, das ist das hintere? Ja. Nee, das ist nicht. Na komm. Ja, du oder nicht? So muss ich erst mal da hinten machen, okay. Jetzt füße gleich für Spielchen. Wow, ich habe ja gar nichts getan. Ah Hey, wo war denn das jetzt so? Okay, ich bin Bock. Ah, wieder. Geht immer. So. So. Ah, kann ich nicht öffnen. So. Eieiei. So manche Sachen vergisst man nicht. So, die unten erledigen es am besten mit... Oh, doch. Was habe ich da hinten noch? Demon. Achso. Ääh. Wie mache ich das in der letzten Riste? Ääh, ich spreche mal ganz kurz. Und dann versuchen wir das kurz zu was. Und zwar... Oh, wow. Ich glaube, das war nicht sehr effektiv. Das war effektiv. Oh. Man kommt jetzt sogar wieder hoch. So, war ich jetzt noch eine Falle? Ne, ne? Oh, doch. So. Gut. Wie gesagt. So viel jetzt erstmal dazu. Ääh, ich glaube mein... ...lichtempfindliches Wahrnehmen... ...brauche erstmal keine Aufregungspause. Ääh, das da. Gut. Ciao. Gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.